Herzlich Willkommen, Ello Soulmate Community. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dass du dabei bist. In diesem Podcast teile ich alles mit euch, meine Gedanken im Alltag, wenn ich plötzlich eine Blitzerkenntnis bekomme und etwas richtig Cooles manifestiert habe oder einfach generell mein Wissen und Erfahrung im Bereich manifestieren. Ich danke allen von ganzem Herzen, die meinen Podcast hören und etwas lernen wollen. Gestern vom Schlafen hatte ich eine Erinnerung von einem Gespräch mit meiner Cousine. Ich hatte euch mal von ihr erzählt, dass sie in einer schwierigen Situation ist. Auf jeden Fall hatte ich nochmal den Gedanken oder ich musste an sie denken, weil es ihr so schlecht ging und ich bin so jemand, ich fühle halt mit und ich will unbedingt jemandem helfen. Natürlich habe ich ihr vom Manifestieren erzählen und ich wollte ihr helfen, aber sie meinte, nein, ich glaube nicht dran, also ich kann mir das kaum vorstellen. Wie soll ich in einem Fake-Leben leben? Oder auf jeden Fall war sie halt sehr negativ und ja, also für sie ist quasi Manifestieren gar nichts. Obwohl sie, sage ich mal, jede Minute manifestiert und sich sehr viel beschwert. Aber das ist ja nicht schlimm. Manche Menschen sind ja nicht so weit und die haben ein anderes Bewusstsein. Und deswegen, da meine Cousine ja auch extrem religiös ist, ist das Thema heute ist Manifestieren religiös. Wir manifestieren 24-7, also die ganze Zeit. Du hast am Tag, schon wenn du aufstehst, über 35 Millionen, literally 35.121 Gedanken. Also du hast wirklich so viele Gedanken und Entscheidungen, du denkst an dich nach. Also ich weiß noch mal in Deutsch, als meine Deutschen zu uns gesagt hat, ich will gar nicht wissen, welche Gedanken ihr habt. Also stellt euch vor, wenn ihr wirklich von jedem den Gedanken also wissen würdet. Also das ist so krass. Auf jeden Fall, was ich hiermit betonen will, ist, dass du die ganze Zeit denkst, Entscheidungen triffst, du hast selbst Gespräche mit dir und du denkst auch wahrscheinlich über andere oder über deinen Tag oder was auch immer. Weil der will, ich kann auch nicht deine Gedanken lesen. Aber auf jeden Fall, du denkst ständig und du manifestierst auch die ganze Zeit. Du manifestierst sowieso. Es ist halt deine Entscheidung, ob du das bewusst machst oder unbewusst. Bewusst heißt, du denkst wirklich die ganze Zeit nur zum Beispiel deinen Traum an. Und du denkst ständig, ja, also so und so aussehen. Oder du visualisierst ständig, wie du mit ihnen, ja, spazieren bist, auf einem Date oder was auch immer. Und unbewusst ist, dass quasi deine Gedanken dir egal sind. Du denkst ständig und natürlich, wenn du auch Negatives denkst, dann ziehst du auch negative Dinge an. Es ist dein Glaube, aber es hat nichts mit Religion zu tun. Manifestieren ist nicht religiös. Du denkst ja ständig. Die Realität ist, wenn dein Bewusstsein eine niedrige Low Vibration hat, dann ziehst du auch immer mehr davon. Dann ziehst du auch mehr negative Dinge in, die auch so eine niedrige Schwingung haben. Auch wenn du ständig zweifelst, das ist auch so ein Ding, sendet dir das Universum mehr Troubles in deinem Leben, weil du im Mangel bist. Du fragst dich, wieso deine Manifestation noch nicht da ist. Und deswegen ist das eine Low Vibration, weil du im Mangel bist. Du hast das nicht, also deine Manifestation, wenn du dran glauben würdest, dass du jetzt das schon bereits alles hast, dann wäre dein Gefühl anders. Aber du hast dieses komische Gefühl, dieses, du zweifelst dran und fragst dich, soll ich das überhaupt machen? Das ist, weil du das bewusst machst. Und du fragst dich ständig, ja, wieso klappt das bei mir nicht? Du musst wirklich in dieses Bewusstsein kommen. Das ist ja quasi the key, dass du zu diesem Bewusstsein kommst, dass du schon alles hast, dass du glücklich bist. Wenn du jetzt glücklich und zufrieden bist, dann ziehst du auch solche Dinge in deinem Leben an. Dann wirst du merken, wie jeder Tag plötzlich so anders ist. Du wirst merken, wie nur positive Dinge zu dir kommen. Du bist jeden Tag überrascht und denkst so, okay, ich bin voll überflutet von dem ganzen Überfluss, der gerade zu mir kommt. Ständig. Du wirst dann überrascht sein, wieso das dir passiert oder wie kommt das so plötzlich. Auf jeden Fall ist Manifestieren neutral und es ist nicht gut, schlecht oder böse. Es hängt ab, in welchem Zustand du dich befindest. Bist du dankbar, dass du schon so vieles hast, deine Gesundheit oder dein Haus, deine Familie? Oder beschwerst du dich, weil alles so teuer geworden ist? Leute, ich höre das ständig, wenn ich an der Kasse bin. Wahnsinn, also ich gehe jetzt nicht täglich einkaufen oder ein bis zwei Mal in der Woche. Auf jeden Fall, wenn ich das höre, dann muss ich wirklich an Manifestieren denken. Und ich finde das so lustig und ich denke so, ja, ich versuche ständig was Gutes zu manifestieren, Menschen zu helfen, eine gute, positive Energie zu haben. Und ich, äh, vor mir sind genau die Leute, die sich ständig beschweren und so. Wenn die wüssten, dass Manifestieren so einfach ist, dass es nur deine Gedanken sind, dann wäre die Welt wirklich ein Paradies, the Heaven. Äh, also es ist in sich nicht lustig, dass die Leute so denken, aber das ist so. Wir können nicht, also ich persönlich kann jetzt nicht die Welt retten. Ich gebe wirklich mein Bestes, dieses Wissen zu verbreiten, meine Erfahrungen auch aus dem Alltag. Aber mir ist bewusst, dass die Menschen, aber auch sehr, also jetzt in meinem Umfeld, mein Bruder, also er ist wirklich meine näherste Familie oder meine Cousine. Also wir kennen uns, also wir kennen uns seit unserer Kindheit. Und, ähm, ich nehme es wahr, wie mein Leben positiv sich verändert hat. Dass ich mein Traumsehen verwandten habe, dass ich jetzt immer mehr Positives in meinem Leben anziehe. Natürlich, äh, manche Dinge kamen auch sehr schnell, manche, es hängt natürlich auch von meinem Glauben. Aber ich bin, sage ich mal, auf dem richtigen Weg. Aber die Menschen oder sehr viele, also ich würde behaupten, mehr wie 95 Prozent, äh, denken oder sind in negativer Energie. Es ist, es hängt auch von den Dingen ab, welche Glaubenssätze die haben und was die konsumieren. Wenn ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, äh, literally fünf Minuten, äh, irgendwo hinlaufe und in ein Geschäft bin, dann werde ich schon direkt die Energie von Menschen spüren, die, äh, diese Low Vibration haben. Die nach einem Preis fragen oder, äh, keine Ahnung. Also, ähm, ich versuche natürlich, so gut es geht, mein Wissen auch umzusetzen. Ich würde ganz gerne einfach so Leute random ansprechen und sagen, hey, du kannst das verändern. Aber ich muss euch auch tatsächlich etwas Cooles erzählen und zwar, jetzt fällt es mir gerade ein, gestern. Ähm, eine Kundin hat zu mir gesagt, ja, das ist unglaublich, wie sie so nett und lieb sind und sie war so überrascht. Also, das ist ja jetzt, das ist nicht das erste Mal und ich will nicht damit angeben. Ähm, ich hatte auch so Erfahrungen, also das, da war ich auch mega überrascht, dass eine Dame, die war so zwischen 35 und 40 und die hat sogar geweint, Leute, ich kann das nicht glauben. Also, ich, ich war sehr überrascht und ich wüsste nicht, wie ich da reagieren soll. Aber dann habe ich sie, sage ich mal wieder, sie hat wegen mir geweint, weil sie, äh, sie kennt mich jetzt seit ungefähr zwei Jahren und, ähm, natürlich hat sie bei uns immer eingekauft als Kundin und auf jeden Fall, äh, war sie so überrascht, dass ich immer so nett und freundlich war und geduldig und, ähm, sie kennt auch meine Kollegen und auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, dass sie immer so begeistert von mir ist und sie freut sich immer, wenn sie mich sieht, sie kriegt gute Laune und, ähm, das hat quasi mein Mindset nochmal so bestärkt und, äh, verändert, dieses, dass sich noch mehr Menschen helfen, vor allen Dingen das geht, das ist jetzt nicht nur das, sondern, äh, auch in meiner Ausbildung ist das viel passiert, wo ich auch denke, ja, der Job ist in Anführungszeichen scheiße, ähm, aber wenn ich Menschen, selbst wenn es nur ein Paar sind, wenn ich denen helfen kann, wenn ich denen positive Energie geben kann, auch wenn es nicht mit Manifestieren ist, mit Worten, ähm, dann verändert sich vieles. Ich hab in meiner Arbeit, auch wenn es nicht mit Manifestieren ist, so einfach mit kleinen Herzchen, mit positiver Energie, einfach die Leute, äh, immer wenn die Leute mich sehen, die freuen sich einfach und das ist wirklich so ein gutes Gefühl und das möchte ich ja auch erreichen. Ich möchte viele Menschen erreichen, die, äh, schlechte Laune haben, die irgendwie verzweifelt sind, die gerade total am Ende sind. Ich will euch, äh, zeigen, dass, äh, das wahr ist und vielleicht, wenn ihr auch, sag ich mal, in meinem Alter seid, ich bin jetzt 29, ähm, und euch mit Manifestieren, äh, beschäftigt und gerade neu seid, dann werdet ihr feststellen, dass es draußen so viele Videos gibt, so viele, über Menschen, die darüber erzählen. Das heißt, es muss doch irgendwie stimmen, oder? Also, macht euch Gedanken und, äh, jetzt auch zum, äh, zum Schluss, ähm, das zu bringen. Manifestieren ist nicht religiös, das Universum hasst dich nicht. Es spiegelt nur deine, deine Gedanken wieder. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass du auf deine Gedanken achtest. Wenn du mit jemandem sprichst und dann das quasi analysiert, was habe ich gerade gesagt, was war meine Intention, wie habe ich das gesprochen, habe ich Liebe gesendet oder war das, äh, Hass, Wut oder Neid oder was auch immer. Egal, ob du jetzt einen Kommentar schreibst bei irgendwelchen Social Media oder wenn du mit jemandem sprichst, dann beobachte, gehst du, wie gehst du um, welche Energie sendest du, sendest du Liebe oder, äh, eine schlechte Energie. Und da fängt's an. Ich hoffe, die Message ist angekommen, auch für die Leute, die gerade erst manifestiert entdeckt haben. Ähm, für mich ist es auch sehr wichtig, bei den Jugendlichen, ähm, diese Message, äh, weiter zu verbreiten, weil die können das sehr gut in der Schule nutzen. Also, Leute, ich wünschte, ich könnte das in meiner Schule benutzen. Ich war jetzt literally Präsident. Also, nur ein Joke, also, ich will kein Präsident werden, aber ich, ich hätte einfach mir das alles so leichter gemacht, wenn ich manifestieren wüsste. Also, natürlich kamen da immer wieder so ein paar Themen, aber wenn man wirklich so erwacht ist und das ganz bewusst macht, vor allen Dingen, wie meine, äh, Faschulprüfung so einfach, äh, Leute, ich dachte so, äh, früher würde ich denken, so, ich hab alles verkackt, äh, literally, alles, äh, alles war so schlecht. Und jetzt denke ich mir so, wow, und das war so magisch. Ich, 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 ich drehe durch einfach, wenn ich an diesen Moment denke, wenn er gesagt hat, sie haben bestanden, und wie es einfach war. Ich hab die ganze Zeit schon vorher mir alles vorgestellt, und es war fast alles genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Das ist so unglaublich. Ich will einfach Menschen motivieren, dass du alles erreichen kannst. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Mittwoch, alles Gute, ganz viel Glück, never forget, verbreite Positivität, love vibes is everywhere, wenn du positiv bist und es auch so siehst. Ganz liebe Grüße, deine Visionärin.